Beachte bitte unseren Disclaimer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentideen mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke. Und Marcel, wir haben wieder 5 interessante Unternehmen von unserer Community bei Facebook gepostet bekommen. Und es wurde darüber natürlich auch abgestimmt. Deswegen, über welche 5 Unternehmen sprechen wir denn heute? Heute soll es um RWE gehen. Außerdem geht es um Waste Management, um LPKF und natürlich Novo Null Disc. Und zum Schluss noch die Krönung Unilever. Oh ja, also ich freue mich. Bleibt auf jeden Fall dran, weil am Ende gibt es natürlich wie immer unsere 10.000 Euro Investmentidee. Und du wirst erfahren, wer heute oder welche 2 Unternehmen heute in unser Wikifolio einziehen werden. Wir starten jetzt aber mit einem der größten Energieversorger in Europa. Wir starten mit RWE. Viel Spaß! Auf Platz Nummer 5 habt ihr gewählt RWE, einer der größten Energieversorger von Europa. Aber halt, sie sind jetzt auch in der USA tätig. Nicht dazu gleich mehr, aber als erstes starten wir natürlich mit den News. Marcel? Ja, die Nachrichten haben ergeben, man hat wieder neue Kursziele ausgegeben. Bei Morgan Stanley und JP Morgan haben sich die Analysten was Neues überlegt. Und zwar, wie könnte man die Position weiter auf Overweight stellen und welche Kursziele geben wir raus? Bei Morgan Stanley sagt man 44 Euro ist realistisch. Wäre natürlich ein super Anstieg für alle, die jetzt einsteigen oder auch schon dabei sind. Bei JP Morgan sagt man, naja, 37,5. Lass mal die Kirche im Dorf. Aber Overweight. Ja, es ist immer noch Übergewichten angesagt. Das Handelsblatt selber hat ein Interview geführt mit dem RWE Finanzvorstand und der hat angekündigt, bis Ende 2022 sollen über 5 Milliarden Euro investiert werden in erneuerbare Energien. Das ist ordentlich. Das ist doch toll. Man sieht hier, der grüne Trend wird auch bei RWE natürlich gespielt. Und man möchte mit den Partnern sogar noch zusammen noch 4 weitere Milliarden investieren. Also das ist doch schon, ich sag mal, eine Hausnummer. Das auf jeden Fall. Wir sehen hier auf der Folie bei der Umsatz- und Segmentverteilung oder bei der Segment- und Umsatzverteilung sehen wir, das haben wir aus einer Investorenpräsentation von RWE genommen, Where are we with our major construction projects? Und da sehen wir, wir haben 4 Projekte aktuell, die in der USA realisiert werden. Onshore Wind gibt es 3 Stück. Und dann haben wir noch einmal der Hickory Park oder Hickory Park Solar. Auch hier sollen insgesamt über, und das finde ich enorm, über 500 Megawatt ans Netz gehen. Dann haben wir noch Australien mit dabei mit 249 Megawatt. Deutschland, Offshore Wind, also das finde ich auch ganz gut. Natürlich im Meer, die Windparks, da will man 342 Megawatt. Das soll abgeschlossen sein im Q4 2022 und auch nochmal in Großbritannien. Was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass man nur die, also wenn man die installierten Kapazitäten betrachtet, dass nur 16% in Deutschland sind, aber dafür 24% in der UK und in der USA 38%. Hättest du das gedacht? Nein, das hätte ich nicht erwartet. Das hat mich sehr positiv überrascht, denn man sieht, hier möchte der RWE sich auch weiter weltweit anstellen. Und das ist doch immer ein Mehrwert für die Aktionäre, auch gerade wenn es um Energie ist, was etwas robust ist, was immer benötigt wird. Und sieht man doch eine ganz gute Entwicklung und gerade die Projekte rechts, die man eben hier sieht, auf Land mit Windkraft, auf dem Meer mit Windkraft und natürlich auch mit Solartechnologie setzt man hier natürlich voll auf Grund. Ja, also klar, man muss immer noch sagen, 13,7 von 43,4 Gigawatt werden immer noch mit Gas erzielt, aber dann sind auch schon mit 10,3 Gigawatt ist Solar auch schon mit dabei. Also wir sind hier auf einem richtig guten Weg als RWE, finden wir. Der Trader Fox Qualitätsgruppe, 12 von 15 Punkten. Wir sehen, das Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre ist massiv zurückgegangen, weil man aber auch massiv dieses Geschäftsmodell einfach gerade transformiert, was man macht. Ja, ja, auch man hat ja auch die Abspaltungen, also sprich, man hat hier gewisse Tendenzen, die natürlich zu einem Rückfang führen, ganz klar. Genau, wir sehen die Durchschnittsperformance der letzten 3 Jahre, minus 3,07 Prozent. Also man hätte eigentlich nichts außer Dividende bekommen und in manchen Jahren gab es ja sogar noch nicht mal eine Dividende. Aber ich persönlich glaube hier immer noch, wir haben hier jetzt ein Turnaround. Marcel, haben wir hier beim Chart auch ein Turnaround? Ja, klar, die Aktie ist im Aufwärtstrend, im kurzfristigen und mittelfristigen schon und erst jetzt wieder ausgebrochen auf ein neues Mehrjahreshoch. Die Trendvorsetzung wird also eingeleitet, doch man kann immer wieder mal mit Rücksetzern rechnen und auch auf die letzten Hochs, das wäre hier bei etwa 35 Euro. Also ja, wer jetzt nicht dabei ist, die Chance wird sicherlich nochmal auftreten, auch bei 35 Euro nochmal einzusteigen. Denn es sollte theoretisch und das meistens auch zuverlässig nicht direkt auf 44 hochgehen, wo das Kurs hier von morgen Stanley ist. Genau, das sieht positiv aus, der Trend ist wirklich super, kann man nicht meckern. Was sagt der Modern Value Investing Score? Und wir haben hier ganz, ganz viele Sternchen gesetzt. 4 von 10, auch nur mit Sternchen, weil dieses Unternehmen, der Modern Value Investing Score bewertet ja natürlich die Vergangenheit. Aber man muss jetzt einfach auch ganz klar sagen hier, man kann RWE nicht mehr anhand der Vergangenheit bewerten. Wir haben hier ein neues Unternehmen und deswegen halten wir heute den Modern Value Investing Score nicht für aussagekräftig. Genau, es ist natürlich klar. Umsatzwachstum wird eintreten, IPS-Wachstum wird eintreten. Hoffentlich. Die Marge wird steigen, also wenn das alles so wie geplant eintritt, wird das alles kommen. Auch wenn irgendwann auch die Bilanz wird wieder steigen. Die Bilanzsumme liegt natürlich daran, wenn man Kraftwerke abschaltet, wird das natürlich mit rausgerechnet. Man muss natürlich die Liquidienmittel einsetzen, um jetzt zu investieren. Das kann man also hier auch ganz klar ablesen. Und das ist ja das Wichtigste, denn hier geht es ja um die Zukunft. Und das nicht nur vom Planeten, natürlich auch von dem Unternehmen selber. Der langfristige Trend ist natürlich, wenn man die letzten 10 Jahre sieht, ging es ja erstmal stark bergab. Klar, weil man Atom und Kohle abschalten möchte. Nach und nach wurde das natürlich eingepreist. Und jetzt kommt es langsam in die Zukunft. Deswegen 4 mit Sternchen. Hier sollte man eher die Zukunft betrachten. Als nächstes. Für wen ist es geeignet? Was sagst du? Ja, Buy and Hold Investoren. Denn jetzt kann man sagen, okay, RWE wird sich weiter stark aufstellen. Wir sehen die Projekte. Ich bin überzeugt. Und wer investiert ist, halten. Wer noch nicht investiert ist. Und aber das auf der Watchlist hat. Kaufen, kaufen, kaufen. Denn auch die Bewertung, Philipp, ist doch recht vernünftig. Ist völlig in Ordnung. 20er KGV für ein Unternehmen, wovon wir ausgehen dürfen, dass es in Zukunft ordentlich wachsen wird und profitieren wird. Natürlich sollten wir zum Beispiel auch ein Green Deal in der USA haben. Genau, dann wird natürlich jetzt auch RWE davon profitieren. Und vielleicht sehen wir hier sogar noch eine Art Next Era Energy von Deutschland, beziehungsweise von Europa. RWE könnte in diese Fußstaben sogar treten. Die Wartezeit, bis das alles kommt, wird mit 2,6% Dividendenrendite für süß. Wir haben ein Unternehmen, was fast auf Buchwert ist. Also man kauft es auch hier nach Value zu einem fairen Preis ein. Und da sind wir auch schon beim Anlegertyp. Wir denken, es ist geeignet für Value-Investoren. Dividendenwachstum sollte das alles so eintreten. Die Spekulation natürlich auch darauf, dass RWE jetzt vielleicht ein neues, super grünes Unternehmen wird, wie Next Era Energy. Wir sind der Meinung, buy and hold und vielleicht sogar forget forever. Ja, möglicherweise. Jetzt möchten wir noch einmal ganz kurz Werbung machen für unseren neuen Aktien-Podcast. Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes, Marcel. Diese Woche sprechen wir über unseren Depot-Rückblick, denn es war wieder ein Monat vergangen und wir wollen im Dezember nochmal Revue passieren lassen. Genau, also hört da gerne rein. Jetzt machen wir weiter mit Waste Management und Sie sind der führende Anbieter in der USA im Bereich von Dienstleistungen rund um das Thema Abfall. Und Marcel, was sind die aktuellen News? Ziemlich gut. Hier gab es Mitte Dezember tolle Nachrichten für Aktionäre, die auch schon vielleicht investiert sind. Dividende um 5,5% erhöht und noch ein Aktienrückkaufprogramm. Mensch, das ist so wie ein Geburtstag. 1,5 Milliarden Dollar, das sind etwa 3% der Marktkapitalisierung. Also positive Nachrichten. Ansonsten nichts Neues bei Waste Management. Läuft. Ja, keine Nachrichten, auch gute Nachrichten. Und das hat mich doch hier jetzt wieder überrascht. 55% der Umsätze werden mit dem Sammeln von Müll, also zum Beispiel durch die Müllabfuhr, verdient. Weiter geht es dann mit dem Transport. 10% Landfill. Das sind natürlich alle Mülldeponien. Hier hat man ca. 250 Stück. Und dann, das hat mich richtig gewundert, Recycling. Macht gerade mal 5%. Und ja, die sind da noch nicht so weit da drüben. Der Anteil am Umsatz scheint hier noch nicht ganz so groß zu sein. Und da ist vielleicht die große Chance, die man jetzt auch in dem ganzen Green Deal sehen kann, wenn die USA noch grüner wird und man mehr recycelt, was ja nicht ganz so das Thema in den USA noch nicht ganz so scharf ist, zumindest Recycling, dann hat man hier natürlich eine Chance, auch hier noch mehr Wachstum zu generieren. Das ist die Fantasie, die wir jetzt hier einfach mal mit dazugeben wollen. Der TraderFox Qualitätsscore 13 von 15 Punkten. Und was mich wirklich erschreckt hat, die Finanzverschuldung. Da bin ich aber der Meinung, wenn das Unternehmen mit seinen Zinszahlungen gut klarkommt, ja, sollen sie sich verschulden, kein Thema. Aber das Umsatzwachstum, 2% in den letzten 5 Jahren? Bisschen wenig. Bisschen wenig. Das riecht für mich Inflationsausgleich aufgrund von Preiserhöhungen. Aber ob das eine Preissetzungsmacht ist, wage ich etwas zu bezweifeln. Wie siehst du das? Ja, richtig genau. Also hier scheint es jetzt nicht allzu viel Umsatz neu zu geben. Es ist die Frage, ob vielleicht durch Recycling das ermöglicht werden könnte, um diese Lücke mal auszubaden. Denn es ist schon echt erschreckend wenig. Wobei man ja trotzdem sagen muss, dass das Unternehmen sehr solide wächst, auch wenn es sehr, sehr langsam ist. Ja, also wir haben ein EPS-Wachstum. Das ist im Schnitt in den letzten 5 Jahren 7% gewesen. Da haben wir natürlich 2-3% durch Aktienrückkäufe. Dann 2-3% durch das Umsatzwachstum. Dann noch der Inflationsausgleich. Und da sind wir eigentlich auch schon bei den 7%. Aber dennoch tolle Performance in den letzten 10 Jahren. 12,55% im Schnitt pro Jahr. Kann man mal machen, oder? Genau, die Aktie steigt und steigt und steigt. Und das über die Jahre hinweg. Also eigentlich ein solides Investment, muss man ja sagen. Und das aufgrund, und trotz dieser hohen Bewertung, kommen immer wieder neue Käufer hinein, die das Ganze wahrscheinlich als Bayern-Hold-Thema spielen. Richtig. Schauen wir uns als nächstes an den Chart. Was sagst du? Kurzfristig ging es natürlich auch hier rapide nach unten im Zuge der Corona-Krise. Warum eigentlich auch immer. Also es ist eigentlich relativ irrational. Dennoch ging es dann wieder steil bergauf. Das V ist eigentlich, also ist da. Man sieht es ja direkt. Die rote Linie zeigt den kurzfristigen Trend, der auch, naja, schon in diesem Trendkanal sehr stabil ist. Immer wieder kommen Käufer rein, wenn die rote Linie getroffen oder zumindest anvisiert wird. Und jetzt wird es so nach und nach weiter steigen in Richtung Allzeithoch. Das ist zumindest zu erwarten. Es sei denn, es kommen schlechte Nachrichten, aber das glaube ich eigentlich nicht. Gut. Machen wir weiter. Der Modern Value Investing Score. 8 von 10 Punkten. Was bemengeln wir? Die Ausschüttungsquote über 50% und dazu das Umsatzwachstum. Ja, 2% ist nicht viel. Und ich würde mich zum Beispiel auch von einem Unternehmen fernhalten, was ein Gewinnwachstum von 2% hat. Also das ist nichts für uns. Deswegen sind wir auch beide der Meinung, es reicht heute nicht für Einkauf von Waste Management. Wir wollen wiedersehen Umsatzwachstum und organisches EPS-Wachstum. Das ist ganz wichtig. Die Bewertung für 2022 finde ich zu hoch für das Wachstum, was man hier geboten bekommt. 23,8, eine Dividende 2,18. Okay, KUV 2,83, auch in Ordnung. Aber auch das KBV von 5,77 finde ich zu viel. Was sagst du? Ja, für mich ist auch kein Kauf, einfach aufgrund der aktuellen Situation. Ich glaube, es gibt bessere, um das Thema grün zu spielen oder attraktivere auch, die auch ein bisschen mehr Rendite versprechen, auch in Sachen Chart. Und deswegen glaube ich auch hier kein Kauf. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, hier im Moment, die Vergangenheit hat uns recht gegeben. Das Wachstum war noch nie so riesig, wahnsinnig hoch. Deswegen, wenn ich da kaufe und lasse es einfach liegen als No-Brainer, dann ist das absolut nachvollziehbar. Also Buy and Hold Investoren sind hier sicherlich eingeladen. Dividendenwachstum ist auch da. Das passt. Ansonsten würde ich sagen, es ist jetzt nicht unbedingt für Trader Spekulation. Es ist jetzt auch nicht so viel dabei. High growth muss es auch nicht werden. Der Wachstumsmarkt ist schon noch da. Und deswegen die beiden Kreuze. Gut, machen wir weiter. Und wir schauen uns an LPKF Laser & Electronics. Sie sind ein in Deutschland ansässiger, mittelständischer Champion, würde ich jetzt mal behaupten. Und sie entwickeln Lasersysteme für verschiedene Kunden. Und das finde ich doch schon wieder hochinteressant, wenn nicht sogar spannend. Wir haben den Bereich Automotive, wir haben Electronic, Telekommunikation und Solar. Und da ist natürlich die Fantasie jetzt drin, heute bei Solar. Marcel, was sind denn die aktuellen News? Ja, auch hier nur ein Analyst, der was Neues erzählt hat. Man hat quasi von Kaufen auf Halten runtergestuft, aber dennoch das Kursziel erhöht von 29 auf 32, also sprich knapp 10 Prozent. Und Philipp, wir haben es eingangs schon bei der Recherche herausgefunden, dass es doch eine interessante Begründung gab, Philipp. Richtig. Er möchte einfach jetzt nachhaltige Fakten sehen. Und das gefällt ihm doch ganz gut, wenn jemand sagt, er möchte nicht nur Fantasie in einem Kurs und in einem Unternehmen sehen, sondern nachhaltige Fakten. Jetzt muss geliefert werden. Richtig. Ich finde aber, wir liefern doch schon ganz gut. Wenn wir uns die Segmente und die Umsatzverteilung anschauen, sehen wir, in allen Segmenten wächst man. Ja, man legt ordentlich zu, zweistellig sogar in den meisten Sachen. Man hat hier einmal die Solar, man hat elektronische Platten, also auch das Solar schon so groß ist, eigentlich auch schon ein sehr, sehr gutes. Größter Umsatztreiber schon. Genau, und hat Elektronik damit überholt. Dann haben wir noch Schweißen als großen Punkt, mit plus 24 Prozent, auch jetzt nicht gerade geringes Wachstum. Und was mir auch noch sehr gut gefällt, ist einfach die Verteilung weltweit. Wir haben hier von Amerika oder Nordamerika auch. Bis Vietnam ist alles dabei. Bis Vietnam ist alles dabei. Die ganze Welt ist Kunde, wenn man so möchte, von einem kleinen Hitten-Champion, wenn man so das mal runterschufen möchte auf LBKF. Was sagst du zum Trader-Fox-Qualitäts-Score? 10 von 15 ist jetzt nicht unbedingt allzu überzeugend, aber klar, das Umsatzwachstum ist auch nicht unbedingt konstant. Wir haben vermutlich einen Zykliker, der es vielleicht versuchen möchte, endlich nicht mehr ganz so zyklisch zu laufen. Ist auch die Brache, wie das Ganze so lange jetzt ankommt. Dann gibt es natürlich Profitabilitätsprobleme. Also nicht ganz, das ist nicht ganz so viel. Ja, die Marge schwankt einfach sehr stark. Wir haben mal richtig gute Jahre, margenstarke Jahre, aber dann haben wir immer so eine Welle und ich bin gespannt, ob diese Welle jetzt gebrochen wird, ob man vielleicht wirklich jetzt ein Wachstumsunternehmen wird. Aber die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren, aber man ist 15,47 Prozent. Dennoch musste man hier lange ausharren, seit 2014 eigentlich bis jetzt. Man hätte im Prinzip in zwei Jahren, das sieht man hier in dem langfristigen Chart, in den zwei Jahren das Größte an Rendite gemacht. Also sprich, wenn man bei dem roten Punkt eingestiegen wäre, was natürlich in der Realität nie der Fall ist, wer hat das Glück, dass er ja nur den Punkt trifft. Dann hätte er jetzt einfach auch fünf, sechs Jahre ohne Rendite verbracht und hätte sogar da einen Abwärtstrend mitgenommen, bis endlich der Chart wieder zum Leben erweckte, das Unternehmen endlich wieder Fantasie bekam und jetzt so langsam wieder auf diese alten Höhen hochgegangen ist. Ha, hätte lange gedauert, hätte ich nicht durchgehalten. Ich auch nicht. Schauen wir uns den Chart an. Wie sieht es kurzfristig aus? Kurzfristig hat man jetzt einen Ausbruch erlebt aus dieser Seitwärtskonsolidierung, die ja doch sehr volatil ist. Schau mal, da geht es ja von 15 bis 25 im Prinzip hin und her. Und jetzt gab es diesen Ausbruch auf 30 kurze Rücksetzer auf diese grüne Linie und dann könnte es sehr wahrscheinlich nach Charttechnik weiter in Richtung 30 laufen, wenn die Fantasie weiter Gas gibt und natürlich auch der Analyst recht hat mit seinen 32 Euro. Wir drücken natürlich allen Anlegern wie immer die Daumen. Der Modern Value Investing Score 5 von 10 Punkte, auch hier wieder mit Sternchen. Wir gehen davon aus, dass wir weiterhin ein zyklisches Unternehmen haben, aber es kann natürlich auch völlig falsch sein, dass wir jetzt hier dank dem ganzen Thema Solar und der immer grüner werdenden Welt hier vielleicht auch an einem Punkt einfach angekommen sind, wo wir hier ein Wachstumsunternehmen werden. Genau, der Trend grün und natürlich auch IoT, also mehr Platten, also mehr Sachen, die da natürlich in dem Falle auch gelasert werden. Insofern ist natürlich da Fantasie auch berechtigt. Genau. Wir drücken natürlich wie immer allen Anlegern die Daumen. Das gehört natürlich auch mit dazu. Dennoch sind wir der Meinung oder ich bin der Meinung, heute für mich, das Unternehmen ist für mich persönlich kein Kauf, dann glaube ich auch, es ist einfach zu hoch bewertet. 26,8 Prozent, äh nicht Prozent, sondern ein KGV von 26,8 gefällt mir hier bei diesem Unternehmen doch nicht. Du sagst Sell sogar? Ich sage sogar Sell, also sprich, wenn man hier vielleicht schon eine ordentliche Rendite mitgenommen hat seit dem Anstieg, dann kann man hier durchaus mal überlegen, auch einfach Gewinne mitzunehmen oder zumindest abzusichern oder vielleicht auch einfach mal den Einsatz herausziehen, ist glaube ich, gerade wenn man davon ausgeht, dass es weiterhin ein, naja, ein volatiler Wert bleiben könnte, vielleicht auch ein zykliger, dann kann man sich das Ganze hier auch, naja, ich sag mal, ja, wegschaffen aus dem Depot und vielleicht einen anderen Grünen aus diesem Sektor mit reinnehmen und da vielleicht besser profitieren von weniger Zyklik. Ja. Für wen ist es geeignet? Trader, klar, man sieht auf und ab Spekulanten, die natürlich sagen, und das ist ja eine schöne Spekulation, grün und was man schon gesagt hat, IoT. Ja. Außerdem natürlich als Value-Investoren auch eine gute Geschichte. Genau, wenn es ein zyklisches Unternehmen ist, Margin Low, Margin High, KGV, ihr wisst, was wir meinen. Schauen wir uns als nächstes NoWunderDisc an und sie sind das, nicht nur ein, ich würde sagen, das globale Gesundheitsunternehmen, wenn es um Diabetes geht. Aber sie machen auch noch viel mehr, sie haben ein Alzheimer-Medikament in Phase 3 und auch hier drücken wir natürlich allen Investoren und auch diesem Unternehmen die Daumen. Vor allen Dingen den Patienten auch. Und den Patienten. Das kommt noch hinzu, die Daumen. Phase 3-Studie ist natürlich positiv, vielleicht, man möchte jetzt im Halbjahr, also im ersten Halbjahr jetzt viele, viele Probanden testen und dann schauen, wie das funktioniert und ob das eben tatsächlich zur Zulassung kommt. Wenn ja, gibt es hier doch einen ordentlichen Wachstumstreiber. Vermutlich auch ordentlich Kursgewinne, weil wir erinnern uns, was bei BioGene passiert ist, als es hieß, Alzheimer-Medikament geht hoch und dann doch nicht. Schade. Schade. Ja, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Und da sind wir mit Diabetes und natürlich auch Medikamenten gegen Fettleibigkeit sind wir hier bei 84,3%. Biotechnologie, also Biopharmazeutika, 15,7%. 47% der Umsätze werden in den USA erzielt. Europa, 19,1%. Africa, Asia, Middle East und Oceania, 11,5%. China, 10,5%. Dann haben wir hier noch Japan und Korea, 5,3%. Lateinamerika, 4%. Und Kanada, 2,4%. Und ich glaube, für Novo Nordisk ist China hier auch ein Wachstumsmarkt. Die Menschen werden auch hier, sie kriegen immer mehr und mehr Diabetes. Also Diabetes ist eine weltweite Krankheit. Klar. Und immer mehr Menschen bekommen auch Diabetes. Richtig, genau. Das ist also nachher wie vor ein Wachstumsmarkt. Ja. Auch, dass die Leute natürlich älter werden und das sind natürlich auch nochmal die Wachstumsbevölkerung selber natürlich. Und man muss hier sagen, und das finde ich klasse, dass vor allem die unteren Regionen, die noch gar nicht so viel zum Umsatz beitragen, viel, viel stärker wachsen. Das heißt, man gleicht sich hier weiter aus und das ist doch eigentlich eine vernünftige Entwicklung. Dann hat man vielleicht in Zukunft nicht mehr 47% in den USA, sondern eben 30% und dann wird man hier dann durchaus besser gestaffelt sein noch. Richtig. Schauen wir uns an, der TraderFox Qualitätsscore und was mich hier einfach gut gefällt, das ist die Umsatztreppe, die Gewinntreppe und auch die Nettogewinnmarge. Sie kann stetig gesteigert werden oder konnte und jetzt wird sie eigentlich so festgehalten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was wird bemängelt? Das Umsatzwachstum ist nicht mehr ganz so gut. Dafür steigt das EPS seit 25 Jahren konstant. Durchschnittsperformance der letzten 7 Jahre 10,72% ist auch nicht schlecht. Was denkst du? Ja, absolut richtig. Genau. Du sagst, es ist ein EPS-Aristokrat. Das ist natürlich toll. Also sehr zuverlässig. Spricht natürlich auch dafür, dass man in Zukunft weiterhin zuverlässig bleiben wird. Und wie du schon sagst, die Marschensteigerung ist halt echt stark. Man hat das recht selten, auch in der Grafik, dass man doch die Marsche immer weiter, weiter nach oben zieht. Das ist für die Größe des Unternehmens auch nach wie vor wirklich sehr, sehr stark. Gefällt mir gut. Was sagst du uns heute zum Chart? Der langfristige Aufwärtstrend ist im Takt. Sicherlich gibt es immer wieder mal Rücksetzer, die man nutzen kann. Aktuell auf einem hohen Niveau eine Seitwärtsphase. Und die rote Linie, naja, das ist erstmal die Unterstützung. Hier kann man auch mal kaufen. Wenn man sagt, das möchte ich jetzt langfristig im Depot haben, ist das doch ein recht attraktiver Einstieg. Ja. Schauen wir uns den Modern Value Investing Score an. 9 von 10 Punkten. Das ist sehr oft der Tag. Ja, was wir eigentlich heute nur bemengen können, ist der kurzfristige Trend. Aber diese Trends sind auch dazu da, um gebrochen zu werden. Richtig. Für wen ist es geeignet? Ja, Bein holt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wer überzeugt ist von diesem Unternehmen und sagt, das ist jetzt irgendwie genau mein Ding. Ja, klar, kaufen, halten, liegen lassen, überhaupt nicht drüber nachdenken. Das KGV auf 2022 ist mit 18,8 auch, finde ich. Die Dividendenrendite ist völlig in Ordnung und man bekommt auch was hier fürs Geld. Man holt sich hier natürlich auch ein sehr robustes Unternehmen einfach ins Depot und das ist sehr gut. Für wen ist es geeignet? Buy and Hold. Dividendenanleger, Dividendenwachstum und natürlich auch Value. Man kann es doch sehr gut nach dem KGV auch spielen. Schauen wir uns jetzt an, zu guter Letzt, Unilever. Und ja, wer hat keine Produkte von Unilever zu Hause? Wer gehört nicht zu den 2,5 Milliarden Verbrauchern, die jeden Tag mit Unilever in Kontakt kommen? Für die Neueinsteiger einer Börse natürlich interessant. Geht mal durch euer Haushalt und schaut mal, welche Produkte sind von Unilever. Und dann ist es vielleicht auch einfach mal so, was wir früher schon als Rubrik hatten, mit Aktien im Alltag. Richtig. Da kann man doch recht schnell sehen, wo Unilever ist. Kurze Anekdote dazu. Ich habe letzte Woche Unilever Aktien gekauft, also wie auch der Discamer. Ich bin persönlich investiert. Bin ich erstmal schön los und habe mir ein schönes Ben & Jerry's Eis gekauft. Zum Beispiel. Ja, was sind die aktuellen News, Marcel? Ja, wie erwartet ist Unilever wieder zurück auf Facebook. Sie machen ja wieder Werbung auf Facebook und Instagram. Die haben diesen Werbeboykott ja letztes Jahr angekündigt. Und ja, wer hätte es gedacht, man kommt zurück, ist halt eine Win-Win-Situation, wird also auch höchste Zeit. Reuters meldet außerdem, dass man hier eine Zusammenarbeit mit Burger King ausweitet mit veganen Whopper für Lateinamerika und China. Also hier ein veganer Trend, der auch bei Unilever gespielt wird und sicherlich hier auch nochmal einen kleinen Umsatzschub geben könnte. Ja, hoffen wir es doch. Wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Und wir starten mit den Segmenten Beauty and Personal Care. Also alles, was Schönheitsprodukte und Pflegeprodukte sind. Und das gefällt mir doch. 42 Prozent. Dachte ich gar nicht. Ich dachte immer, Unilever ist hier so ein Nahrungsmittel. Aber nein, das ist erst auf Platz 2. Food and Refreshment 37,1. Und Homecare, also Konsumgüter für zu Hause. Putzmittel zum Beispiel. Ich glaube, Domestos gehört auch mit dazu. 20,8 Prozent. Was mir richtig gut gefällt, ist, dass 46,4 Prozent aller Umsätze in den Emerging Markets erzielt werden. In der USA 16,7. In Europa 15,1. Der Americas, also Lateinamerika 15 Prozent. Und Niederlande und Großbritannien 6,7 Prozent. Und Marcel, ich glaube, langfristig wird sich das hier richtig auszahlen für Unilever. Ja, genau. Klar, man wächst natürlich dann auch in diesen Emerging Markets. Und ich sage mal, wer kein Bock auf einen ETF aus den Emerging Markets, der kann sich auch Unilever ins Depot holen. Denn das ist letzten Endes nichts anderes. Und doch, das sieht ganz gut aus. Vor allem für ein europäisches Unternehmen, was weltweit und vor allen Dingen außerhalb von diesen Heimatmärkten so erfolgreich ist. Das ist schon sehr, sehr stark. Weil man bedenkt, dass in Europa wahrscheinlich auch jeder mindestens ein Produkt von Unilever zu Hause hat. Ich denke doch. Ja, der TraderFox Qualitätscode 10 von 15 Punkten. Er bemängelt das Umsatz und das EPS-Wachstum. Das würde ich aber jetzt aktuell nicht auf die Goldwaage legen. Weil seit dem Übernahmeversuch von Kraft Heinz wollte Unilever übernehmen. Genau, seit diesem Übernahmeversuch ist man hier auf einmal jetzt wieder in Fahrt gekommen und hat gesagt, wir trennen uns jetzt vom nicht profitablen Geschäftsbereich. Letter ist zum Beispiel weg. Und das sind alles einfach so Punkte. Da ist ja Unilever daraus groß geworden schon vor über 100 Jahren. Man trimpt sich hier auf Profitabilität, Shareholder-Value, Aktienrückkäufe. Leider wurde die Dividende letztes Jahr nicht erhöht. Ich gehe davon aus, sie wird dieses Jahr wieder erhöht. Aber ich mache mir hier keine Sorgen, dass Unilever es schaffen wird, hier das Ruder rumzureißen. Man wird auch dann wieder natürlich stärker profitieren, wenn die Emerging Markets noch viel mehr zurückkommen. Durchschnittsperformance der letzten 8 Jahre 5,3%. Dazu gibt es noch knapp 3% Dividende. Also den Markt hätte man hier nicht outperformed. Aber ich glaube, das macht man auch oder will man auch gar nicht mit einem Investment in Unilever. Sondern man möchte da, glaube ich, über die Zeit mit dem Zinseszentz, über die Dividendenzahlung dann den Markt outperformen. Was denkst du? Ja, richtig, genau. Also bereinigte Umsatzwachstum ist, glaube ich, höher, wenn man bedenkt, dass man natürlich bestimmte Sachen aus dem Portfolio rausschmeißt, die nicht so gut laufen oder vielleicht auch nicht so gut in Zukunft sind und dafür wieder Sachen neu reinholt. Deswegen würde ich das hier auch nicht so sehr auf die Goldwaage legen. Natürlich muss es langsam auch geliefert werden, denn wer hier schon seit drei Jahren investiert ist, der hat eigentlich auch nichts gewonnen. Außer Dividenden. Außer halt die Dividenden. Aber es ist halt nicht viel, muss man sagen. Da hätte man auch in anderen Investments deutlich mehr erreichen können. Aber klar, langfristig kann man nur hoffen, dass dann auch hier nach einem Ausbruch vielleicht wieder auf neuer Hochs auch eine höhere Rallye startet. Was sagst du uns heute zum Chart? Genau, darauf müssen wir natürlich warten, denn es ist ein Abwärtstrend zu sehen, zu erkennen. Das ist diese orange Linie, zeigt das auch ganz deutlich. Aber man hat unten zum Glück die Begrenzung bei 45. Das heißt, hier können Sie es weiter zuspitzen, kann auch noch einige Monate dauern, wenn nicht so vielleicht sogar noch über ein Jahr. Wer weiß das schon und wenn der Ausbruch über diese orangene Linie kommt, ist zumindest Chart-Technik und auch rein vom Kaufverhalten sicherlich wieder Unterstützung da, um in Richtung Allzeithoch zu laufen. Wir drücken natürlich allen Investierten die Daumen. Und du dir auch. Ja, danke. Der Modern Value Investing Score, 8 von 10 Punkten. Was bemängeln wir? Die zu hohe Ausstattungsquote. Das sind dann natürlich auch alle Investments in das eigene Geschäftsmodell. Und der kurzfristige Trend ist aktuell eher ein Abwärtstrend. Aber wir sind langfristig immer noch im Aufwärtstrend. Und das gefällt uns doch ganz gut. Für wen ist es geeignet? Wir sind der Meinung, Buy and Hold. Die Bewertung ist in Ordnung. 20er KGV für so einen Konsumgüterriesen. Dazu gibt es noch fast 4% Dividendenrendite. Was will man denn eigentlich mehr? Wir sind der Meinung, es ist geeignet für Buy and Hold Anleger, für Dividendeninvestoren, für Dividendenwachstumsinvestoren und auch für Value Anleger. Weil sie kommen auch immer mal schön runter von KGV. Also warum dann nicht? Nichts für Wachstumsinvestoren, aber für jemanden, für ein solides Depot, bis in die Rente und vielleicht darüber hinaus. Warum nicht? Klar. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, stimme mit ab, wen wir dir nächste Woche wieder präsentieren dürfen. Und Marcel, jetzt gibt es natürlich wie immer die 10.000 Euro Investmentidee. Und wir starten mit dem ersten Unternehmen von heute, mit RWE. Ja, für mich, ich kann es schon wegnehmen, die höchste Investition in eine Position mit 2.500 Euro. Aber ich bin einfach überzeugt von der Zukunft von RWE. Sie haben dich toll aufgestellt und endlich mal ein und deutsches Unternehmen, was das ganze Turnaround und sich neu aufstellen, auch schon hinter sich gebracht hat, größtenteils. Gefällt mir gut. Ich gehe mit, mit 2.000 Euro. Waste Management ist für uns beide heute kein Kauf, trotz des MVE-Score 8 von 10 Punkten. Wir würden hier einfach auf, ja, also mich persönlich, ich würde mich würde es erst wieder anlocken, wenn das Umsatzwachstum wieder vielleicht so über 5% kommen könnte. Wie sieht es bei dir aus? Genau, das würde mich dann auch erst wieder anlocken, auf langfristige Sicht, denn hier dauert es wahrscheinlich ein Stück, dass man, naja, vielleicht auch von dem Wachstum wieder was hat. Warum nicht? Ich glaube, es gibt bessere. Ja. Nächstes Unternehmen war LPKF Laser. Auch hier sind wir nicht mit dabei. Es ist einfach nicht unser Investment Case. Ja. Ich meinte Zykliker grundsätzlich. Für mich ist das nichts. Ja, wenn sie es schaffen sollten, rauszugehen, freue ich mich für jeden, der investiert ist. Also da wäre es natürlich cool. Richtig. Weiter geht es dann. Novo Nordisk. Und auch hier sind wir beide mit 2.000 Euro mit dabei. Solides Unternehmen. Es hilft die Probleme der Welt zu lösen. Da bleiben und wollen wir natürlich auch investiert sein. Ja. Zu guter Letzt Unilever. Auch hier sind wir beide mit 2.000 Euro mit dabei. Es ist einfach ein Standard Investment für jedes Depot. Jeder, der anfängt. Unilever. Damit man das alles auch ein bisschen spielerisch kennenlernt. Kenne ich die Produkte? Kann ich mich damit identifizieren? Ja, das kann man. Die restlichen 4.000 von mir und 3.500 von dir gehen in den MSCI All Country World. So haben wir heute mal wieder mit unserer Investment Idee 10.000 Euro verbraten. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt in unser Wikifolio? Und das sind die letzten 2 Käufe. Ab nächste Woche müssen wir jede Woche 2 verkaufen, um wieder 2 zu kaufen. Genau. Und ich habe mich für RWE entschieden, weil es nicht nur die höchste Investition ist, sondern weil ich hier die meiste oder bessere Zukunft sehe von den 5, die wir heute dabei hatten. Ich habe mich für Unilever entschieden. Wichtig ist, wenn ihr euch jetzt das Wikifolio anschaut, da ist Waste Management schon drin. Also wir haben es schon früher gekauft. Jetzt ist natürlich, am Ende möchten wir dir noch einmal ganz kurz zeigen. Schau mal, wenn du oben klickst, kannst du dir nochmal unseren letzten Aktienpodcast anhören. Und darunter gibt es dann auch noch den Aktiencheck. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.